Der erste Schritt eines Campus-Netzwerke-Projektes mit unserem Kunden ist das ganzheitliche Verständnis der digitalen Prozesse. Anschließend legen wir die notwendige Architektur und die richtige Hardware zusammen mit dem Kunden fest, um seine geografischen Bereiche perfekt zu versorgen. Wir bauen in enger Abstimmung mit dem Kunden ein Mobilfunknetz auf, welches seine digitalen Geschäftsprozesse ab dem ersten Tag perfekt unterstützt. Hierbei bieten wir differenzierte SLAs, um den Geschäftserfolg des Kunden bestmöglich zu unterstützen. Die Telekom übergibt dem Kunden ein Netz, welches ab dem ersten Tag die Geschäftsprozesse perfekt unterstützt. Der Support von Veränderungen und die Weiterentwicklung von Prozessen stehen für uns ab dem ersten Tag an erster Stelle. Der Geschäftserfolg unserer Kunden steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen.